da sind noch mehr machen die kann hier sind überall nur diese diese vollidioten ja keine ahnung was deren mission ist ist nur noch auf dem server eigentlich nee das gegangen also wir könnten schlafen ja also wenn ich runter geht kannst du kurz haben sonst richtig dämlich aber sonst sehe ich halt überhaupt nichts ja ist schon dumm ich finde es auch gut dass ob er es gerade hellwold einfach den sound nicht aufnimmt ist auch schön sagt man was servus komplett discord und glaubt sich die folge kann ich in der tonne sag mal jetzt was also okay jetzt geht es so so viel ist ja eh gerade nicht passiert hier bin ich jetzt wieder bei der brücke war ich da am strand schon ja ist halt in die richtung kacke ich bin hungrig und ich habe nichts mehr dabei muss zurück soll ich noch ein paar ärzte mitbringen ja immer das gang wir sind so viele immer mitbringen warum der wixer verknallt die anderen bumse hier nicht angreifen da habe ich noch essen und ich habe ein giga spare ich hätte halt bären samen ja aber die kann ich nicht fressen ich habe weizen sagen brauchen wenn ich weizen haben wir schon aber trotzdem mit also wenn es wenn du es tragen kannst bringt mit ich habe ich hier steht das ding braucht watering aber die ganzen kollegen machen nichts ich schaue was die ganzen neuen so können überfall ist bei mir bei mir im dorf ich dachte gerade ist bei mir ich bin hier allein ich habe ich habe das bei dir sind ja alle das sind ganz family ist hier bei mir sind sie alle chillig herum 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 aber sagt wenn du hilfe brauchst und komme ich sofort ich komme sowieso gleich die sind irgendwie stark da hinten jetzt kommen so ich habe 459 an gepäckte dabei und 450 kann ich tragen ok dann müsste sowieso glücklich was bist du denn zu einem mega das ist ja mega fett sagt der ist der ist der ist der ist aggro mit dem giga ball habe ich gerade mal eine wahrscheinlichkeit von flucht bonus fünf prozent ich werfe den mal erklärt wird direkt aus er ist aber nicht aggro ist doch nicht aggro weiß ich das level 26 soll ich dir versuchen mitzunehmen gehen das klang an japan habe ich dabei ansonsten der sieht halt mega fett aus glaubt nicht dass der zuständige hinterher rennen könnte ja danke jungs ihr könnt alle wieder an die arbeit gehen ja jetzt sind nicht rumtrödeln sind alle jetzt sind auf einmal alle hungrig okay peking ente wo bist du aber die peking ente kann die katze hier einfrieren aber das ist cool warum will die will die katze nur mich jedoch auf peking enter digga die macht ja body slam ding macht flying press aber ich habe einen guten spot nach oben da kommt sie nicht hin würde ich jetzt mal so sagen die kann ja richtig hoch springen aber ich glaube ich bin hier also sicher vor der ja ente macht es naja wir hätten wir könnten theoretisch judas austauschen weil ich welche besseren habe ja können wir machen okay ach weil ich dich verhunger oh das ist schlecht hast du gar nichts zu essen das geht ja so schnell ja ich bin vorhin auch fast verhunger ja ich bin tot scheiße oder nie warte man überlebt mit einem das ist das ist nett aber wo muss ich hin ich muss durch dieses dorf okay ich muss hier irgendwo durch klettern hier ist noch ein silvaro was mich angreifen könnte hier sind aber mehrere von diesen fetten katzen also könnte ich da später noch mal hinkommen und versuchen wir die zu krallen weil egal was nur als sagen wird die katze ist noch mehr wir haben heute so nichts wir hatten heute unsere session noch nicht wir haben noch nichts gemacht ja ero wer fragt ja einer von den kollegen die noch mitspielen ich weiß nicht im stream oder was der war gerade im stream ja es wird halt immer noch nichts ausgemacht wegen finale also ich bezweifle dass es heute was wird das wollte ich nicht kurz davor ist karte ich bin die karte ich hasse es so sehr oh what the fuck der hat mich getroffen aber ich habe keinen schaden gekriegt sei froh ich habe da nur irgendwas was über dem ding ist vielleicht ist es okay okay das ist scheiße pokémon die über deinem level caps sind kriegen auch nur die hälfte ep ich kann nicht auf die map gucken wie lange ich hier bin ich habe die gigas hier wo kommen die hier ist hier ja die hatte ich auch eine wenn ich halte im kühlschrank liegt ein bisschen essen für dich dann kannst du gleich mal mitkommen meine sachen wiederholen Prozent der wenn du ihr auch mit gehst ich kann ich kann mich zu verteidigen müssen er hat das Leben ja wenn ich das nackt hingehen ich habe jetzt auch die anderen die geben links verloren hier ist noch eine kiste sehe ich können wir machen ja was ist wenn ich aufgeben was war dann stirbst du schneller so also können wir jetzt einfach aufgeben theoretisch ja ja ich bin direkt da okay ich glaube ich liege noch kurz mein ganzes stoff weg bin direkt bei der kiste gestorben wo ist das lager dass das lager siehst du mich auf der map nicht welches war das lager war das das war ganz unten ja also nee warte ich mache ich mache mich da jetzt einfach hin dass wir am weg ja okay doch du bist dass das ist das kühlschrank liegt das essen dann gehen wir los ich nehme mal einfach direkt an ja ich nehme alles mit ja also genau das heißt es weiter fahren einfach dann wenn er eigentlich finale ist ich will mal das fiaro hier fangen da habe ich jetzt äh fiaro egal ich sage schon wieder fiaro fii äh silvaro ja ich weiß das ist die auch weißt du siehst du wo ich bin äh wo jetzt siehst du sofort die sind eigentlich dumm dass ich das hier mache oh god zum glück haben sie mich nicht bemerkt ja ich schaue dass ich komme zu schnell die beschütze halt hier eine kiste hier so drei typen ich warte hier am wegpunkt auf dich dann weißt du wo der wegpunkt ist ja ich muss schauen wie ich da hinkomme von hier unten aus mein character hat einfach ein achten weg ja beziehungsweise mal eine andere hintergrundmusik ja wir schlaufen wir genau ähm du bist da auch den weg gegangen du nehm ich mit du bist nicht immer so was die zürgel wollen mich ich muss mich schnell woanders hin tippen ja du weißt aber wo ich bin ungefähr ja ich kann mich jetzt wieder sehr kurz gegen die kollegen falten ja warte du bist schon in der nähe von einem staff ok hier sind die 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 weg die 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 mich wollten ja im sprung ist der aim einfach schlechter als im cs aber immer die typen sind weg von der kiste silberschlüssel wird benötigt silberschlüssel wir haben dafür aber 20 kupferschlüssel oder so der kupfer ich muss ja ich bin auf diesen berg darauf wenn ich hier unterspringen bin ja direkt wird was aufpassen weil ich habe den gleiter nicht mehr man stirbt doch dann kommt man den wegpunkt noch wo du brauchst was das blaue was du so leuchtest ey warte mal wer ist er auch hier das ist ach es sind ja die pokémon ich sehe dich hier oben ist der ist der boss und da sind wir level 17er freunde und der boss sieht aus wie deiner nur mit flügeln bisschen lazy designt ja dieses silvarus sieht so ein bisschen aus wie der sladero ne ich hätte es eher gesagt wie der marzianer da von den looney toons ja an den hatte ich auch gedacht er hat einfach eine splittergranate geworfen ich liege am boden wir müssen einfach chillen ach so der ist auf dich auch aggressiv ja der hat mich angegriffen ich muss mich irgendwo verstecken ja ich komme etwas abwerfen ich komme zu dir gekrochen ich werfe die steine ab ok noel kommt nicht mehr wir müssen irgendwo anders hin oh gott oh gott ich glaube das wird nichts gerade hier in dem gebiet du musst dich irgendwo verstecken ja ich komme halt nicht schneller voran ich muss versuchen ihn zu killen fuck so warte megania mach das ok fight in megania du kannst wo bist du ich liege hier neben megania da ist aber der liga oh pass auf da ist ich habe 52 ich bin gefangen ich habe 25 HP ich glaube ich muss erst mal auf mich selber hier achten bevor ich dich holen kann ich habe nur noch 20 Sekunden oh gott oh gott der kommt ja ich bin so tot warum musstest du den angreifen ich wollte ihn fangen ich werde es auch nicht so weit davon entfernt komm fettsack oh nein ok ja und ich bin zuhause ja ich habe sowieso so gut wie keine äh AP ja digga jetzt ist der liga ja liga hellfreund auf mich auch scheiße fettsack mach doch was ok ah ne fettsack faltet grad hinten ja vor allem weil ich den wegpunkt bei dir nicht habe jetzt müssen die ganze scheiße nochmal laufen oh ist das scheiße wer will mich denn jetzt wie ist das spawn ich nicht mit full life was ist das der kann noch einer hat es auch nicht abgesehen so ein vogel ja lauf weg port dich weg oder so ich kann mich nicht weg porten ok der vogel hat es immer noch auf mich abgesehen aber sonst keiner mehr ach da pass auf der vogel hat es auch auf dich abgesehen wahrscheinlich ne das ist auf dich abgesehen ok ich lock ihn weg und hier sind auch ligatypen ok wo bin ich denn dauernd bin ich gestorben das ist ich chillig weil das sind nicht so viele ja dann tanzte gönnt sich erstmal ne pause ja das ist ganz wichtig ich lauf hier hoch und ich kann versuchen dich von oben zu verteidigen ne der ist keiner grad krieg ich easy hast du denn alle gekillt? hm ich weiß nicht ob fettsack ihn gekillt hat äh ich hab gern alles danke ok regeneriert man eigentlich schneller wenn man was isst boah das weiß ich nicht die anderen duzen auch alle weg ok meganius ist es tot ja ok naja naja das fies aber auch nicht mehr da brods sind die auf einmal vorne gespawnt ja alles klar wenn es sonst nichts ist äh ich arbeite dran sonst äh rufe ich peking enter wie bist du level 18 dicker äh gute frage ich hab die hälfte ein leben wieder die sind level 20 ok scheiße ich bin jetzt schon weg du bist von uns eigentlich der einzige der es mit den aufnehmen kann weil du so hoch level bist ja peking enter hat bei mir kühner meeresbezwinger kann ich auf dem reiten wenn ich äh um äh zu surfen äh musst du mal schauen ob du äh was craften kannst für den also ich kann ich kann leider nicht nachschauen weil ich hab peking enter nicht bei mir immer im pokédex wie man so schön sagt du kannst ihn ja dann später mal aus dem arbeiterding rausnehmen hast ja ihn ja das stimmt ja bist du jetzt eigentlich wieder zu hause oder ich bin noch hier ich geh mal zum wasser vielleicht äh ok der macht den jesus der springt einfach überm wasser ne das war ne dumme ide wo geht man am besten schafft man es mit der ausdauer die man hat darüber zu schwimmen boah ist ne gute frage safe ja man schafft es safe wo man nicht schnell schwimmt schnell schwimmen geht aber auch schnell schwimmen macht ja gar nichts mehr du schaffst es auf jeden fall darüber zu schwimmen ah ok das nimmt noch nicht mal die hälfte ein was ist denn das da hinten ah da hinten liegt wieder so ein normales sei so lange ich nur lebe ist ja alles ok ja sonst sonst war greift lieber nicht an ne was machen eigentlich diese live mug start statuette äh die brauchst die kannst du da kannst du bei der statue bei uns im dorf ähm deine fangfähigkeit upgraden dann fängst du stärker fängst du besser pokémon äh was werf ich weg äh 3 holz kann weg da hinten ist ja noch ein ei digger jaa eischmei jonge lecker ei lecker ei so ein spiegelei chilo gab es gerade boah abendessen ja ok mit kartoffelbrei 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 digger wie schwer ist denn so ein scheiß ei ja die eier sind krank schwer das ist insane äh brauchen wir honig äh ich wüsste nicht wofür dann kannst du glaube ich mal da lassen das ist glaube ich einfach so aber das nimmt fast gar nichts ein ja dann kannst du noch mitnehmen äh das ist glaube ich nur zum kochen noch ich fress den normalen honig einfach doch da ist der teleporter also da ist der teleporter ich fress noch ein brot ja so jetzt habe ich genug hoffentlich schafft er das bis nach da oben hier mal ganz kurz noch die dieses statue mitnehmen ich weiß auch nicht warum das ein Livmonk sein muss die statue ich meine es gäbe es gäbe so viele coole pokémon hier und die nehmen Livmonk ja ich muss mich nicht dazu bringen ich habe schon immer pokémon gesagt ich werde auch immer pokémon sagen ich bin so froh wenn wenn ich auf diesen scheiß vogel reiten kann da glaube ich dir das ist sicher cool ich kann ja eigentlich ah ne kann ich nicht kannst du mir das droppen ne weil das ist ja kein item was man hat leider weil ich dachte mir auch grad ich könnte den ja eigentlich machen und droppen aber ne geht leider nicht ich habe einen silberschlüssel oh nein dann kannst du die kiste auch machen ich weiß nicht wo die andere kiste ist ich habe jetzt 450,1 von 40 0 ja ich war grad bei dir die 450,1 machen dich schon langsamer es ist so scheiße lass mal direkt brennen gehen jo hm zurück ich teleporte mich gerade ja ich bin ganz kurz afk geht in der afkzeit bitte brennen ja bin ich schon mal ups äh bbbbbb das hier? ja ne bbbbb bbbbb